So, liebe FCK-TV-Zuschauer, heute begrüßen wir zum Saisonabschluss-Interview nochmal einen ganz besonderen Gast, der hier aus der Kabine kommt, dann auch zum vorerstletzten Mal. Herzlich willkommen, Tobi Sippel. Tobi, unser zunächst mal letztes Interview vielleicht, du kommst gerade aus der Kabine, ist glaube ich ein bisschen leer momentan, oder? Alle im Urlaub? Ja, soweit haben alle ihre Koffer gepackt, die Schränke sind ausgeräumt, meine ist komplett leer und nun heißt es Koffer packen und was Neues beginnt. Blicken wir erst nochmal zurück auf den letzten Spieltag, es lässt sich nicht vermeiden, hast du persönlich für dich das Spiel und auch die Saison schon verarbeitet im Kopf? Ja, das Spiel war relativ schwer zu verarbeiten, es war eher das andere, was so drumherum alles so passiert ist, es war ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, ich denke, das war kein normaler Sonntag gewesen, wie es jeder Fußballer wahrnimmt, von daher war das alles ein bisschen schwieriger für mich, aber jetzt von Tag zu Tag wird es immer ein bisschen besser, denkt man immer ganz so viel darüber nach, aber das sind Erinnerungen, die wird man dann sein Leben lang nie vergessen. Da kommen wir sicher gleich noch näher drauf zu sprechen, nochmal zur Saison, am Ende Platz 4, gibt es trotzdem das Gefühl, man kann auf die Saison auch irgendwo stolz sein, mit der jungen Truppe viel erreicht zu haben, oder bleibt am Ende eine große Enttäuschung? Ja, wenn man jetzt so sieht, Platz 4 ist immer, glaube ich, das Schlimmste, was du so erreichen kannst, aber wenn wir vor der Saison gesagt haben, wir sind so eine junge Mannschaft, wir haben nur junge Talente, wir haben ganz frische Spieler geholt, die noch nie Bundesliga gespielt haben, wenn wir dann sagen, wir erreichen den Platz 4, muss man eigentlich zufrieden sein, aber wenn man am Ende halt so lange auch dabei ist und oben mitspielt, zwei, drei Spieltage vor Schluss noch Platz 2 hat, dann tut es schon enorm weh, wenn du am Ende mit leeren Händen weggehst. Wie war die Atmosphäre direkt nach dem Spiel in der Kabine? Berichte doch mal ein bisschen. Ja, wie soll sie gewesen sein? Es war jetzt keiner, der durch die Kabine gesprungen ist und gesagt hat, ich freue mich, dass endlich das Urlaub ist. Also wir wollten schon alle das Ziel erreichen, wenn wir schon auf dem Tabellenplatz stehen und die große Chance gerade zu Hause noch haben, vor ausverkauftem Haus, dann mit einem Sieg eventuell noch was erreichen zu können, aber wir waren ja noch abhängig von anderen Mannschaften, selbst die, wenn wir ja gewonnen hätten, hätten es auch nicht gereicht. Von daher ist es ein kleiner Wehmutsdorfer noch, aber dennoch sind wir ganz zufrieden mit der Saison. Für dich war es das Vorjahrsletzte Spiel nach vielen, vielen Jahren beim FCK und hier auch in deinem Stadion und ich würde sagen, wir schauen uns mal ein paar Punkte hier aus deinem Stadion ganz besonders an. Tobi, jetzt sind wir hier in der Westkurve, eine ganz berühmte Kurve hier im Stadion und ich glaube, du warst früher auch schon in der Westkurve gestanden, oder? Ja, zu meiner Zeit sah das Stadion noch ein bisschen anders aus, da gab es hier den Logenturm noch gar nicht und dann war es immer auch so, dass alle Jugendmannschaften einen aktiven Ausweis hatten und dann auch immer kostenlos in den Stehblock gehen durften. Was denkt man da als Junge, wenn man hier oben steht und runterguckt, denkt man dann schon, da will ich auch mal stehen? Ja klar, ich glaube, jeder Junge, der ein Stadion hat, hat diese Überlegung, aber es ist natürlich auch brutal schwer. Man muss viel Glück haben im Leben, dass man alle Jugendmannschaften auch so gut durchlaufen kann und dann selbst den Sprung in den Profikader schafft. Da ist nicht immer das Glück gegeben, aber ich denke, wenn man hart an sich arbeitet und alles dafür gibt, das habe ich auch immer in meinem Leben getan. Ich habe viele Höhen und Tiefen gehabt, auch in meiner Familie, wo ich dann meine Ausbildung als Bäcker ja begonnen habe, wo wir dann überlegt haben, ob es sich überhaupt lohnt, Profi zu werden. Und meine Familie hat immer gesagt, ich soll erst die Ausbildung zu Ende machen, bevor ich einen Profivertrag unterschreiben darf. Das hast du auch gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich musste auf meine Eltern hören und die haben gesagt, bevor die Bäcker-Ausbildung nicht zu Ende ist, brauchen wir über Fußball gar nicht zu reden. Aber wann hast du gemerkt, ich glaube, ich habe das Zeug dazu, es mal zu schaffen, da unten auch mal stehen zu können? Ja, als Torwart ist es noch ein bisschen spezieller, gerade weil ich ja mit Gerry schon seit der D-Jugend zusammengearbeitet habe und er mich dann auch immer praktisch in der Jugendhöhe hat spielen lassen. Und so hat es sich ja durchgezogen bis zur Amateurmannschaft, dass ich bei den Amateuren, glaube ich, mit 16 schon gespielt habe, dann mit 16 auch das erste Mal im Trainingslager war. Dann hat es sich schon so ein bisschen angezeichnet, dass du den Sprung schaffen kannst, in den Kader zumindest. Aber dass du halt auch irgendwann mal Stammtorwart wirst und so Spiele machst, das war halt natürlich nicht vorauszusehen. Man steht hier oben, man guckt runter, man würde gerne stehen, da unten auf dem Platz. Wenn man auf dem Platz steht, denkt man dann auch mal zurück an die Momente hier oben, wie sehr man sich das vielleicht gewünscht hat? Also während dem Spiel natürlich nicht, da bist du ja voll fokussiert. Aber so gerade am Sonntag sind glaube ich sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen, was so alles passiert ist in dem Stadion. Das fängt an bei den Kleinigkeiten, wo du in der E-Jugend schon die Vorspiele gemacht hast für die Bundesliga. Oder ob du jetzt verabschiedet wurdest, die Spiele gegen Köln, Bayern, das sind alles so Erinnerungen, die werden immer in deinem Kopf drinbleiben. Aber auch so Länderspiele, wo du dir mal hier angeschaut hast, gerade die WM 2-6 war hier ein super Erlebnis gewesen. Ich glaube, hier in dem Stadion freut sich auch immer, jeder Bundesligist herzukommen. Viele Kids in der Pfalz wollen gerne Torhüter werden wegen Tobi Sippel. Das wissen wir ganz genau, weil wir sehr viele Zuschriften diesbezüglich bekommen, dass viele Fans. Was ist dein Tipp, den kleinen Jungs, die jetzt hier in der Kurve stehen und sagen, ich möchte auch mal da unten stehen? Ja, also als Torwart ist es so, du darfst überhaupt keine Angst zeigen. Das heißt, du musst versuchen, auch dem Ball immer entgegenzuspringen, deinen Gegenspielern entgegenzuspringen. Und das ist so das größte Mango, glaube ich, was die meisten haben, dass sie da so ein bisschen die Flatter bekommen. Und so musst du einfach deinen Mann hinten drin stehen. Du bist auf dich alleine gestellt, du bist praktisch ein Einzelkämpfer. Und deswegen musst du halt versuchen, dein Tor alleine zu verteidigen. Und an das musst du immer denken. Torhüter sind immer ein bisschen verrückt, heißt das? Stimmt das? Speziell. Sehr gut. Hier in der Westgruppe stehen die Fans und singen viel laut. Was kriegt man auf dem Platz mit? Gerade du, du bist ja, wenn du jetzt hier unten stehst, relativ nah dran. Was bekommst du während dem Spiel von der Atmosphäre mit? Hörst du, was die Fans singen? Ja, so weil ich ja die Lieder auch kenne, nehme ich das natürlich ein bisschen mehr wahr, glaube ich, wie manch andere. Aber du musst wirklich auch mal so sehen, während dem Spiel bist du dermaßen fokussiert. Das ist wie wenn du jetzt auf der Autobahn fährst, dann nimmst du auch nur deine Strecke wahr und drumherum auch nicht sehr viel. Und deswegen, wenn du gerade in dem Moment bist, wo der Ball in deiner Nähe ist, du bist aufgeregt, du guckst nur nach dem Ball, dann nimmst du nicht viel wahr. Aber sobald das Spiel unterbrochen ist, Ruhe einkehrt. Und dann guckst du auch mal im Stadion so ein bisschen rum auf die Anzeigetafel, wie viele Minuten noch und was singen die Leute gerade. Du nimmst auch einzelne Personen ein bisschen mehr wahr, wie, glaube ich, wenn du während dem Spiel irgendwo hinschauen würdest. Wie viele Leute hier in der Westkofa kennst du persönlich? Es sind schon einige. Es sind viele Freunde natürlich, gerade aus der Stadt, weil ich auch viele Leute kenne. Von der Familie sind es einige. Mein Cousin ist ja auch bei der GL mit dabei. Und von daher unterstützt er mich ja auch immer. Ist auswärts auch immer dabei. Und aber auch aus Baudürkheim sehe ich immer sehr viele bei Auswärtsspielen, die dann unten am Zaun stehen und uns abklatschen meistens danach. Und das finde ich auch immer super, dass du auch diesen Bezug nie verloren hast. Was mich mal interessiert, wenn jetzt der gegnerische Torwart hier vor die Westkurve kommt, kriegt er ja auch einiges zu hören. Nicht immer die nettesten Sachen, ist ganz klar. Wird man als Torhüter ein bisschen verunsichert? Also bringt es ein bisschen was, wenn man pfeift oder vielleicht auch mal das ein oder andere unflätige Wort in Richtung des Torhüters kommt? Ja, es kommt auf jede Person anders drauf an. Also mich hat es immer noch mehr angesprochen. Deswegen habe ich auch immer sehr gerne auswärts mal gespielt in großen Stadien, wo halt der Fokus dann komplett auf dich ist. Und da freust du dich ja drüber, dass alle nur auf dich schauen. Und denen willst du es ja dann irgendwie so ein bisschen beweisen. Aber im Großen und Ganzen nimmst du es dann auch eine große Wahl, außer es kommt mal ein Feuerzeug geflogen oder so. Deswegen bin ich aber auch mal gespannt, wenn es mal zu dem Fall kommen sollte, dass wir hier spielen mit meinem neuen Verein. Ob sie mich dann auch so beschimpfen werden oder ob sie dann wenigstens noch mal Hallo sagen. Ich kann dir versichern jetzt schon, dass dich niemand beschimpfen wird. Ja und hier oben standest du als Junge, wolltest mal unten stehen und irgendwann war es dann so, ratzfatz, dann saßt du in der Kabine. Ja Tobi, und ratzfatz sitzt man dann hier in der Kabine bei den Profis. Was war das für ein Gefühl, als du zum ersten Mal hier gesessen bist? Kannst du dich noch an den allerersten Tag in der Kabine erinnern? Ja, da sah die Kabine noch ein bisschen anders aus. Es waren Spinde in so Diagonalreihen noch gewesen und dann bin ich hier reingekommen, ich glaube Carsten Janke hat noch neben mir gesessen und es waren halt noch mal ganz andere Namen gewesen, als wie sie heute sind. Aber ich glaube, hier hat sich auch einiges getan in der Kabine. Es sieht jetzt ein bisschen familiärer aus, ich denke, so hat jeder den anderen im Blick, ist ein bisschen moderner geschnitten und so macht das natürlich auch das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Hattest du die letzten Jahre immer denselben Nachbarn in der Kabine im Spind nebendran oder hat es immer gewechselt? Ich weiß auch nicht warum. Also die ganze Reihe hier komplett ist immer so eine Schleudersitzgefahr gewesen. Also ich war, glaube ich, der einzigste, der immer an seinem selben Platz sitzen geblieben ist. Ansonsten haben meine Partner so alle halbe Jahre gewechselt. Du hast ja sowieso in der langen Zeit hier viele Mitspieler gehabt, viele Kollegen. Ist es im Fußball möglich, dann auch Freundschaften zu schließen, die dann auch über das Engagement bei dem jeweiligen Verein hinausgehen? Ja, das sowieso. Gerade mit den Jungs, wo ich am längsten zusammengespielt habe, wir noch im selben Alter waren und so viel unternommen haben auch zusammen. Mit denen bleibt es immer ständig in Kontakt und das werden halt auch so Freunde sein wie Flo Dick. Mit dem telefoniere ich heute noch zusammen und wir sind auch jetzt zusammen auf meiner Hochzeit, ist er eingeladen. Da sind es noch andere Jungs mit Clemens Walch, mit Thanos, Daniel Halfer. Das sind alles Jungs, mit denen hast du deine Kindheit verbracht, deine erfolgreichsten Jahre. Und es wäre natürlich schade, wenn du mit solchen Jungs nicht mehr in Kontakt bleiben würdest. Wie hat sich deine Rolle verändert im Laufe der Jahre? Gerade auch was die Kabine betrifft. Da wird ja auch viel geredet nach Niederlagen, nach Siegen aufgearbeitet. Ich denke mal, am Anfang als junger Spieler ist es anders als jetzt als so ein bisschen Leader. Hast du da auch gemerkt im Umgang mit den Mitspielern, dass sich deine Rolle verändert hat? Ja, was heißt verändern? Also ich denke mal, ich war hier in der Kabine auch so mit der ersten Ansprechpartner, egal um was es ging. Ich habe auch so einen kleinen Bastelkasten gehabt in meinem Spind, wo wir halt auch jeden immer mal aufgezogen haben, wenn was passiert ist im Spiel, wie jemand einen Beinschutz bekommen hat oder ein Netz an den Spind gehängt bekommen. Das sind einfach Kleinigkeiten, da war ich immer an erster Stelle da gewesen, um sowas mal zu machen, weil ich bin jetzt nicht so der strenge Typ oder der, der immer so ein bisschen böse ist und so. Ich bin immer so der Lockere und Entspannte. Und von daher war ich immer für jeden Spaß zu haben. Und deswegen sind die meistens auch immer deswegen zu mir gekommen. Wer hat die Kabinenpartys dann organisiert, wenn es welche gab? War das auch deine Aufgabe? Nein, nein, das haben schon die Jungen gemacht. Aber an sich haben wir jetzt keine großen Kabinenpartys hier gefeiert. Wir haben so Rituale gehabt nach den Spielen, wenn wir sie zu Hause gewonnen haben, wo wir dann alle zusammen ein Lied gesungen haben und ein bisschen auf den Tischen hier getanzt haben. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier irgendwelche Fässer aufgemacht und weiß der Geier was gemacht, sondern es war alles noch sehr solid. Auf dem Platz, auf dem du sitzt, werden ja auch nicht nur Siege gefeiert, sondern auch Niederlagen verarbeitet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn wir verloren haben, bist du sehr, sehr niedergeschlagen. Betrifft dich das sehr? Betrückt dich das sehr? Wie verarbeitest du inzwischen so eine Niederlage, so ein Spiel, das nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, so ein Spieltag an sich ist sowieso so ein Tag, wo ich eher so meine Ruhe brauche. Also es fängt an, vorm Spiel bin ich jetzt nicht jemand, der groß in der Kabine rumläuft oder viel erzählt oder mich mit anderen Sachen beschäftigt, sondern ich sitze dann hier auf meinem Platz, ziehe mich um, warte, bis es rausgeht zum Aufwärmen und dann geht es relativ schnell. Dann machst du dich warm, du kommst rein, ziehst dich um, gehst dann rauf auf den Platz und spielst dein Ding. Und dann ist natürlich klar, wenn du gewonnen hast, ist die Stimmung immer ein bisschen besser. Aber auch so nach Niederlagen ist es mal so, dass du dann erstmal ein paar Minuten hier sitzt, erstmal alles sacken lassen musst, gehst dann erstmal in die Dusche, versuchst den Kopf wieder klar zu bekommen und gehst dann nach oben und zu deiner Familie holst sie ab. Bevor wir aber auf den Platz gehen, haben wir gerade noch erfahren, bekommen wir was ganz Besonderes zu sehen. Tobi, zeigt uns nämlich die Innenseite der Wand in seinem Spinn. Tobi, was sehen wir denn da alles? Ja, viele Bilder sind jetzt gestern schon abgehängt worden, aber so als Meister habe ich jetzt noch ein bisschen dringelassen. Das sind halt auch so Jungs, mit denen ich mich am besten verstanden habe. Hat jeder mir immer so ein Foto mal reingehängt, nachdem er auch gegangen ist, war mit Ilja, mit Adam, mit Clemens. Dann habe ich hier noch ein Foto vom Trainingslager gewesen, wo ich das erste Mal, glaube ich, mit dem Gary Torwarttraining hatte. Das gucke ich mir halt immer an, wenn ich weiß, ich habe Torwarttraining, wie es mir gehen könnte. Aber mittlerweile kann ich es auch gut verarbeiten. Hier oben ist noch von Clemens ein Namensschild, vom Lucky ist hier noch was gewesen. Und das Meister haben sie mir schon rausgenommen, sehe ich. Gerade hier unten war auch noch alles voll gewesen. Ja, aber das sind halt so Erinnerungen, die habe ich mir halt immer gerne angeschaut, wenn ich halt mal die Jungs gegangen bin. Da habe ich immer daran gedacht, wer alle schon hier war. Oder hier sieht man noch, wo wir zusammen Go-Kart fahren waren. Da sind auch noch einige Bilder drauf. Ich sehe ein Bild von dir beim Golfen, Golfkarriere. Was macht die? 20,5 im Moment. Also es ist noch ausbaufähig. Gut. So, aber die Kabine ist natürlich ein sehr wichtiger Ort. Da verbringt man viel Zeit. Aber die wichtigste Zeit ist natürlich die auf dem Platz. Und da gehen wir jetzt mal hin.